Heyo Leute, heute ist der 31.01. und das ist mein Daily Vlog. Ja, Leute. Ihr habt ja die Bilder vom Schnee gesehen. Jetzt ist schon wieder alles vorbei. Von so einem Schneefall und so, ne? Alles wieder weg. Langsam schmilzt alles wieder. Schade, schade, schade. Aber, naja, mal gucken. Da ist mein Vater. Bobby D9er. Rasen wir aus mit Schneeschieber. Zu geil. So, was ich mal probieren wollte, ist, äh, ich wollte ja hier ein Snowboard fahren. Ich hab ein Snowboard hier. Ja, das ist mein Snowboard. Das hab ich mal vor Jahren bekommen. Mein Vater hat das irgendwie auf dem Flurmarkt gekauft und ich hab ihm das abgekauft. und, ähm, das Problem ist, ich hab die keine, keine Schuhe dafür. Ich weiß nicht, ob das für ein normaler Schuh ist. Deswegen hab ich mir jetzt hier meine Winterschuhe geholt. Wollte mal gucken, ob das hier so reinpasst. Ja. Das ist mein Fuß das das Bild ist auch so gut Guck Guck und dann Wie ihr seht, klappt es einigermaßen gut. Was ich noch machen muss, ist einmal hier, dass hier noch straffer und hier vorne auch. Wenn es überhaupt noch geht. Ich glaube hier nicht, aber auf der anderen Seite auch nicht. Okay. Das muss aber vielleicht weiter nach hinten, weil die Schuhe normalerweise länger sind. Und hier kann ich es eigentlich nicht mehr. Nee, nicht kürze mal, aber hier auf der Seite. Ich brauche ja mal eine Schraube, dann muss ich dann hier das letzten Dings nehmen, das letzte Loch. Aber es funktioniert. So, jetzt brauche ich eigentlich nur noch einen Hügel mit Schnee. Den wir vielleicht morgen baue, wenn noch genug Schnee da ist. Und dann rauche ich schon am Montag. Und ja, dann wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Hey Leute, wir haben es inzwischen schon halb zwölf und ich weiß nicht, es ist nichts mehr passiert. Ich wollte diesen Vlog jetzt noch beenden, bevor ja, der Tag zu Ende ist und ich es ganz vergesse. Ähm, sorry, der Vlog war jetzt nicht so interessant, aber ich denke mal, ich hoffe mal, morgen wird er vielleicht was interessanter werden. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Und ja, und ciao. Ich glaube, es ist mir leid. Aber ich finde,